Ja, Dirk, da sind wir wieder. Ein Jahr ist schon wieder vergangen und wir sind im Trainingslager von Borussia Dortmund in Bad Ragaz. Immer wieder schön hier zu sein, oder? Ja, ich habe zu der Kollegin, die uns betreut, eben schon gesagt, irgendwie hat man ja gar nicht das Gefühl, dass jetzt schon wieder ein Jahr vorbei ist und es ist tatsächlich wie im Flug vergangen. Und ja, wir sind ja mittlerweile schon Stammgäste auch hier und immer wieder schön in der Schweiz, nur wird es langsam, was das Budget angeht, wird es ein bisschen schwierig. Also auch die Schweizer werden richtig teuer. Waren vorher schon teuer, jetzt wird es noch schlimmer. Der BVB ist heute Mittag angekommen, jetzt 16 Uhr stand die erste Einheit an. Wer war alles dabei heute überhaupt? Ja, im Prinzip eigentlich alle, die wir auch so erwartet hatten. Logischerweise, da jetzt alle Nationalspieler auch da sind, weniger Spieler aus der U19. Das war beim vergangenen Jahr noch anders, da war das mehr oder weniger so ein Neurontrainingslager, da waren sehr viele Spieler aus der U19 dabei. Jetzt eigentlich nur die, die man auch zum engen Kreis zählen kann, sprich Tom Rote und Jamie Byrne-Ur-Gittens. Ja, Salih Özcan ist nicht mitgefahren. Vorerst soll also heute Abend, glaube ich, hier eintreffen. Hat wohl, wie wir gehört haben, Passschlag im Training bekommen und da wurden halt noch so ein bisschen Untersuchungen gemacht, ob da vielleicht mehr passiert ist. Aber da gibt es, glaube ich, Entwarnungen. Also er reist nach, hat eine schmerzhafte Prellung, wird also hier in den Tagen auch vielleicht ein bisschen kürzer treten müssen. Ist aber ansonsten dann auch bei der Mannschaft und wird heute Abend hier erwartet. Was vielleicht noch ein bisschen überraschend ist, Prinz Anning ist nicht dabei. Er hat eigentlich sehr gute Eindrücke in den Testspielen hinterlassen. Edin Terzic hat auch von ihm ein bisschen geschwärmt. Wir hatten ihn schon hier erwartet, oder? Ja, ich habe mich schon gefragt, ob er tatsächlich mitfallen wird, wenn alle da sind. Er hat auf sich aufmerksam gemacht, das ist auf jeden Fall richtig. Er hat, glaube ich, sehr erfrischend gespielt und das hat Terzic ja auch so gesagt. Er hat aber auch gesagt, es gibt noch so viele Themen, die bei ihm auch aufploppen, wo man dann vielleicht auch mal gucken muss und wo man auch dran arbeiten muss. Der Junge ist weiter 17 und da geht es dann vor allem um Wettkampfhärte. Er hat gesagt, Testspielen hat gesagt, Stabilität ist wichtig. Wir müssen den Jungen Wettkampf fit kriegen. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz für die nächsten Wochen bei ihm. Und er ist für die U23 verpflichtet. Und Dritte Liga, denke ich mal, ist genau die richtige Adresse dann auch, um diese Härte zu bekommen. Wenn man ihn sieht, er ist zwar schnell unterwegs, aber er ist noch ein ziemliches Hemdchen, würde ich mal so sagen. Also da ist noch nicht so ganz viel an Muskelmasse, da kann noch was kommen. Hinter uns freuen sich die Fans, weil die sind ja auch wieder dabei. Bis zu 1500 können bei den öffentlichen Einheiten dabei sein. Jetzt gibt es noch ein paar Autogramme, natürlich auch von den Neuzugängen. Aber es sind natürlich auch noch ein, zwei Spieler dabei, die man vielleicht in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund nicht mehr sehen wird. Das ist natürlich dann immer wieder einer, der dabei genannt wird, ist Nico Schulz. Julian Brandt wurde zuletzt auch noch mal mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Wie sieht es da aus bei den Abgängen oder bei den möglichen Abgängen? Ja, still ruht er sich. Also es tut sich noch nicht viel. Nico Schulz ist sicherlich der erste Kandidat, der immer wieder genannt wird. Bei ihm ist die Konstellation ja sehr speziell. Sprich, noch zwei Jahre laufender Vertrag und ein relativ guter Verdienst, so würde ich es mal formulieren. Und gleichzeitig eine schlechte sportliche Phase, die er jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, kann man sagen, so hat. Und von daher ist er wahrscheinlich nicht ganz so attraktiv für viele Vereine. Tut sich im Moment wenig. Er ist jetzt doch mit hier und bereitet sich hier ganz normal vor. Und ich glaube, das muss auch das Ziel sein. Man darf nicht vergessen, die Transferphase lauert noch bis Ende August. Das sind jetzt noch gut sechs Wochen, würde ich mal sagen. Da kann also noch einiges passieren. Da können dann auch nach den ersten Saisonspielen Verletzungen passieren, die dann wieder eine Türe öffnen. Also da ist sicherlich noch was in der Mache auch von Borussia Dortmund. Man will den Kader noch ein bisschen verkleinern. Und ja, Manuel Akanji ist sicherlich der werthaltigste Spieler, der auf der Liste steht. Und ich glaube, das ist auch das primäre Ziel, dass man auf jeden Fall mit Manuel Akanji irgendeine Lösung findet. Denn diese Einnahmen, die braucht man auch, glaube ich. Wie sieht es da tatsächlich bei so einem Julian Brandt aus, der unter Marco Rose eigentlich relativ häufig dann am Ende gespielt hat? Wirklich ein Kandidat für den Abgaben? Ja, bei ihm, also die Themen bei ihm sind auch sicherlich bekannt. Er hat letztes Jahr in einer offensiven Produktion, finde ich, eine ordentliche Saison gespielt und deutlich vielleicht sogar seine Beste in Dortmund. Was die Fahnen angeht auf jeden Fall. Ja, und bei ihm ist das Thema, glaube ich, Defensive und Zweikampfverhalten, Anlaufverhalten im Pressing und so weiter. Ich glaube nicht, dass der mit einem Wechsel liebäugelt. Und man muss sich ja auch die Frage stellen, man muss ja auch auf den Positionen auch gut besetzt sein. Nicht zuletzt die vergangene Saison hat ja nun auch gezeigt, mit den unendlich vielen Verletzungen, dass man da wirklich auch jeden Spieler gebraucht hat. Und die Frage ist halt, wäre man ohne Brandt und wenn Hazard vielleicht auch noch ein Thema würde, wäre man dann nicht zu dünn aufgestellt? Ich würde fast sagen, ja. Also von daher gehe ich da erstmal nicht von aus, dass sich bei Julian Brandt was entwickeln sollte. Das war jetzt heute Tag 1 im Trainingslager hier in Bad Ragaz. Was steht noch so an in den kommenden Tagen? Wird fleißig weiter trainiert. Also morgen denke ich zwei Einheiten, am Sonntag denke ich mal auch. Dann gibt es am Montag ein Testspiel, da wird dann morgens sicherlich ein bisschen dosiert trainiert werden. Man hat eine sehr, sehr große Gruppe. Das heißt, man kann auch spezifisch arbeiten, sprich auch die Belastung verteilen. Aber man muss die Tage hier schon nutzen, denn wir haben heute Freitag. In zwei Wochen ist das erste Pflichtspiel. Man muss sagen, heute war es eine sehr kurze, aber knackige Einheiten, ein paar Überzahlspiele gab es dann. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Inhalte schauen, was muss Edin Terzic in den Fokus rücken? Er will seinen Fußball durchdrücken und seinen Fußball vermitteln. Das hat er noch nicht so richtig spezifiziert. Er hat natürlich ganz klar gesagt, wir wollen attraktiv Fußball spielen. Klares Thema ist Gegentore. Man kann nicht immer sieben Tore schießen, wenn man öfter mal sechs kriegt oder fünf. Da muss Borussia Dortmund auf jeden Fall dran arbeiten. Auch das wird ein Schwerpunkt sein, aber das wird sich verzahnen. Das eine bedingt dann das andere. Ich glaube, frühes Anlaufen, Pressing, das ist so ein Kernthema. Auch zum Beispiel für den Daniel Mahl, der da auch in der ersten Saison sehr, sehr großen Nachholbedarf hatte, das eben auch Solan so nicht kannte. Jetzt gibt es wieder viele, viele neue Spieler. Da geht es dann natürlich auch, sich überhaupt als Gruppe erst mal ein bisschen einzuspielen und zu formen. Und dass der eine weiß, wie der Ablauf beim anderen ist. Und dass man sich halt miteinander, sozusagen, dass man sich vertrauen kann, dass man weiß, wie der andere tickt. Das sind also die groben Themen, würde ich mal sagen. Es ist viel Arbeit. Das wird auch noch in die Saison reingehen, denke ich mal. Das wird nicht alles am ersten Spieltag schon abgeschlossen sein. Wie es hier weitergeht in Bad Rackerts, das seht ihr natürlich bei uns auf runnachricht.de slash bvb. Und natürlich, ihr lest ja auch alles rund ums Schwarz-Gelb. Also schaut gerne rein, lasst ein Abo da und folgt uns auf Social Media. Das ist ein Abo da und folgt uns auf die Saison.